Musik So Leute, Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, eurem ByScalePay. Heute gibt es mal ein besonderes Video und zwar ein Pokémon Picross Video. Und zwar habe ich in letzter Zeit Pokémon Picross gespielt und da kam ein gewisses Pokémon und zwar Manafi und ich habe es gar nicht hinbekommen. Ich habe da so lange an dem Rätsel dran gesessen und es geht vielleicht euch genauso und deswegen will ich euch heute die Lösung für das Rätsel zeigen. Und ja, hier ist es und jetzt geht es auch los. Wir fangen an mit folgendem Kreuzen. Ich hoffe man kann es gut sehen. So, hier oben in der Reihe kommen erstmal überall X. Und hier oben drei davon. Damit hätten wir das erste Feld schon voll. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten. Und der Rest wieder leere Kreuze. Und der Rest wieder leere Kreuze. Bis zum nächsten Mal. Und der Rest wieder weinen. Und jetzt geht es bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und zwar das hier unten Das hier und dann müssen wir nur noch einen schwarzen reinsitzen Und ihr habt es geschafft Das war's vom Video, ich hoffe es hat euch gefallen, jetzt könnt ihr es endlich lösen mit der Lösung und ja viel Spaß damit, bis zum nächsten Video, euer Bicycle LP.